Ich bin der Strahlemann, das haben wir ja schon mehrmals ausgelattet. Richtig. Aber du bist doch nach Tschernobyl geboren. Versteh ich nicht. Selbstverständlich. Aber Fukushima war ja zwischendurch. Ja stimmt, einer links Kloster. Der war böse. Man nennt ihn auch heimlich die böse Möse. Du kannst einen Black Width mal kurz daumen und wieder aufheben. Nee 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 nee. Ach nee. Ach nee. Ich wollte dir jetzt mit dem Glassman kurz anschießen, das macht doch nichts. klatsch ich sehe nix, wo bin ich hier, ich sehe nix, oh jetzt seh ich wieder was, aber ich bin voll falsch, wo müssen wir denn hin, Punkte, ja ich brauch das für die Dings, holt euch den Infuser und fertig ist, ja die ist ja locker irgendwo, die ist auf dem Stil, Stairs hai nicht mehr, wer war ab, rennt euch, rennt durch, rennt euch, rennt euch, rennt euch, den ist hinten in der kitchen bringe gewesen, komm man hat doch gesagt das die da ist, die kommt rechts von dir, 100 pro, nix Stairs, ja du hast ein kill die night ist okay taktisches gameplay erst mal der taktische wie hast du das gesehen kannst erzählen was du willst du bist der schweizer gerade sein ich nehme mal auf den key so und scheiß das war schweizer präzision